Loll, was ist das denn für'n Sprung? Ach, mal geil, wa? So, einmal um die Ecke springen. Ja, da war too easy. Ich muss grad sagen, schwer war der jetzt nicht. Bitte. Nein! Okay Dennis, ich glaube, wir haben irgendwas übersehen. Gibt's hier einen Schalter? Boah, hier geht er nämlich nicht weiter. Äh. Haben wir einen Schalter an der Wand übersehen? Weil hier müsste ja theoretisch jetzt was kommen. Oh. Hast du da einen Schalter noch, Pete? Hä? Ne. Ach, da ist er! Ah, mein Gott! Ah, du bist auch ein Bobby, ey. Erzähl mir was von Bobby, ey. Ja, ich hätte dich einfach da runterschlagen, sodass du dir verdient hast, ey. Warum dat denn? Ich bin dir wieder da runtergesprungen. Nein! Scheiße. Ja genau, jetzt muss ich hier hinten wieder starten, ist klar! Hast du dich nicht ins Bett gelegt? Welches Bett? Ah, du Bob! Huch! Ich hab kein Bett gesehen. Tja, das ist natürlich deine eigene Doofheit. Ach, nee! Ja, komm hier, ey, chill uns doch! Alter, das mit dem X-Sprung, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ey. Ja, genau! Oh, Mann! Okay, jetzt sind wir da wetten. Ach, das ist doch ein Scheiße. Ich warte auch noch kurz auf euch. Ich übersehe die Betten. Mann! Mann, jetzt kletter die Scheißkanten rauf, wer sonst... Alter, haben wir letztes die ganze Zeit gedrückt? Wo ist ein Piller? Ich bin hier unten. Ah, da ist Piller. Cool, nur mal kurz pink. Ach komm, leck mich doch am Arsch hier, ey. Hä? Ah, da. Mann, jetzt hör auf zu brennen, du motherfucker, ey. Mann, jetzt muss ich diesen komischen... Was ist denn hier? Nein! Nein, fuck. Fuck! Warte, dann kannst du mich doch mal im Arsch schlecken, ey. Boah, ich mach mal kurz Regen aus, der riecht mich hammermäßig auf. Oh, Peter, willst du mir jetzt nicht erzählen, dass ich dich jetzt gleich schon wieder überhole, oder? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Aufsichtlich nicht. Tja. Hast du es aber auch nicht geschafft. Fuck. King. Oh. Na, Dennis. Was los? Was das? So? Hoffe ich doch jetzt mal, wa? Das darf ich jetzt mal. Geschafft, Hardy. Da springe ich nochmal, ey. Oh, man. Gut hat den geflogen bin, sonst hätte ich das jetzt verfasst, ey. Wie man da auch überhaupt nicht mehr hochkommt, dann. Das ist ja echt assi gemacht. Ja, das stimmt. Das darf nicht wahr sein. Das ist so ein Witz. Hättest du dich da mal ausbrennen lassen, ey. Ach, scheiß auf ausbrennen lassen, ey. Bullshit. Oh, jetzt macht Hardy das. Boah, geht doch mal an die Seite hier, Vollpfosten. Ich bin voll bissig. Hardy das. Jetzt macht Hardy das. Ja, mach jetzt auch. Feierabend jetzt hier. So. Hardy ist der Mega-Pro. Er macht das jetzt. Ja. Hardy ist der Mega-Pro. Bega. Mit M. Oh mein Gott. Was macht Hardy denn da jetzt? Das wird schiefgehen. Warum sprungt der nicht einfach? Der war vorhin schon dran gestorben, ist wahrscheinlich. Der wird schiefgehen. Tja, wie mache ich das denn jetzt? Das hat anscheinend nicht funktioniert. Oh, musst du schnell hier wieder gucken. Da ist Hardy. Jetzt machst du das. Ach komm, leck mich doch, ey. Alter. Im halben März. Oh, macht Hardy das diesmal. Ja, Siggi. Ja, diesmal machst du das, sagst du. Jetzt fährst du runter. Da fährst du nicht runter. Alles klar. Du schaffst jetzt auch. Sagst du. Ja. Oh, geil, Junge. Jetzt machst du die Leiter, sagst du. Wie geht der denn? Einfach nur in die Gegend. Ich bin dafür nur dagegen gesprintet. Mehr gar nicht. Ich bin auch mit Sprint. Also ich bin mit Sprintjump, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, das macht keinen großen Unterschied. Boah, leck mich doch, ey. Genau. Okay. Ganz ehrlich, ich fahrt mich echt. Ich fahrt hier, machst du das. Das ist super easy. Okay, diesmal bin ich gestorben. Okay, Hades, was machst du das, sagst du? Ich bin da auch einmal dran verreckt an der Stelle. Das ist einmal, das ist doch noch nicht so peinlich. Lernt ja dann aus seinen Fehlern, aber dies wie so eine Ratte. Lernen Ratten nicht. Hades Ratte nicht. Jawoll. Lava. Jetzt hätt ich da runter. Ach komm, ich spreche jetzt mit dem Lava. Oh, Alter. Meine Güte. Ja, ist klar. Loll, du Fickgesichte. Ich hab dich gar nicht geschlagen. Nein, überhaupt nicht. Das war die Lava. Ach, ich bin jetzt die kleine Nutte? Shit. Nee, brav. Blah, wieder noch lebt. Ja, das kannst du nicht nehmen. Jetzt schnell weg hier. Lass, fick dich, Bram. Du bist so eine Hure. Warte, ich komm doch jetzt. Hattest du euch das denn machen sollen? Weiß ich nicht. Weil du weißt mal, dass... Nee, wahrscheinlich durch telekinetische Kräfte oder so. Fuck! Weil ich nur ein richtig altes Stück bin. Komm, da irgendwann so ein Nippel, ey. Die bringen mich voll aus dem Konzept. Alter, was ist das denn für eine kranke Scheiße hier? Aber jetzt sind wir die Nippel drüber, ist ja wohl ein Scherz. Wo immer? Ja, ist klar. Nein! Fuck. Wasser? So ein Motherfucker! Was, ey? Nichts, hab ich's gemacht? Ach, fuck. Doppeljump. Ich würde einen kleinhaarigen Schwanz lutschen. Komm, unten raus. Okay! Du schwul bist. Du schwanzlutscher. Nein! Oh doch, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Lol, diese Nippels. Nein! Nein! Ah, Peter hat auch richtig harte Nippel. Nein. Ach, komm, ey. Was ist das denn? Lol! Hör mal auf, Dennis! Die jetzt nicht lustig, sagst du? Ja, ich geh jetzt nicht mehr. Nach zwei Sprüngen nicht mehr, Dennis. Das ist so unfair. Peter kriegt so lange harte Nippel, das ist, wie in China, ey. Wie kann er mit Stäbchen heißen? Ist so wie in der Airways-Grabung. What the fuck? Kennst du nicht, wenn der Typ so lange Nippel kriegt, dass der dann mit so einem Zaun, an den Zaunfällen vorbeirennt, der Musik mitmacht? Nee! Weil das so nie... Oh, ich sag! Ja, und dann legt er auch so eine Sonnenbrille da ran auf. Oh, das ist was jetzt? Oh, was? Ja, der hat so eine Sonnenbrille, die jetzt hat seine mega lange Nippel kreist. Oh mein Gott! Nein! Ich schaff nicht mal den Sprung auf den anderen Nippel drauf. Doch. Auf den anderen Nippel, das geht. Aber den Sprung auf den... LOL! Genau. Genau. Ach, der ist easy. Da war ich schon fast drauf. Ganz überrächtig mach ich das jetzt, pass mal auf. So, den hier, den hier, den hier, den hier. Soi. Oh, nice, Peter. Das war kacke. Ist da was für mich? Das darf nicht wahr sein! Hör mal auf zu brennen. Ja, hör mal auf zu brennen. Geh mal noch flach, Peter. Ja, komm, wenn der brennt, dann ist das doch eh sinnlos. Dauert voll ewig, bis du aufhörst damit. Hier ist die Tür auf. Die dürfen wir ja nicht benutzen. Nein! Jetzt bin ich hier runtergefallen. Oh, guck mal, ich bin da runtergefallen. Dann nehme ich einfach die Tür. Ach, komm. Ich bin da runtergefallen, was soll ich jetzt nehmen? Die Tür? Oh, ja, du Nutte. Oh, ja, hier. Nimm meine Faust und Nutte. Mann, ist okay. Ich nehme mir über die Tür. Leih, die ist da nicht unabsichtlich runtergefallen. Ach, das ist doch scheiße! Hat ich nicht beschlagen? Das war ich nicht, das war Dennis! Ach so! Das weißt du auch ganz genau, was du das warst. Ja, genau, meins von hier hinten. Nee, du warst ja gerade unten. Ach so, was sagst du, ich soll dir jetzt mal bei den Nüppel da helfen? Boah, Peter, du bist so ein Bobby- Boah, Alter, jetzt runterschlagen. Was denn? Brauche ich nicht mal. Das ist auch so scheiße genug. Ach, das ist ein aggressives Scheißkind, wa? Das stimmt gar nicht. War echt so mega-aggressive, der hat so Aggressionen, wa? Wenn er richtig Nutzern hätte. Ich glaube, dann wäre der Boxer geworden oder so. Boxer? Ja, wenn du Muskeln hättest. Wie wenn ich Muskeln hätte? Ja, wenn du nicht so ein Sunshock-Kind wärst. Ich bin kein Sunshock-Kind. Sunshock-Kind? Wieso ist das jetzt hier eigentlich so hell drin? Fuck! Das war vorher aber nicht so hell im Bereich. Boah, ist doch richtig nutzig! Was ist denn los, Peter? Motherfucker, ey! Nein! Alter! Kann ich so blöd sein? Ich schaff nicht. Nein, das gibt's doch gar nicht! Aber die ganzen Nippelsprünge hier hinten regen mich voll auf. Noch mehr? Das ist doch einfach. Nee. Ach! Ich bin so unkonzentriert gerade. Das kann doch irgendwie wahr sein. Ja, aber das ist nur noch die Challenge zum Einladen. Dann sind wir quasi mit der Adventure-Hub schon durch. Ja. Hammer. Mann, diese blöden Teile da! Alter, das darf doch nicht wahr sein! Ja, komm, und dann hab ich noch den Lack. Ja, das ist doch scheiße, ist das doch! Komm, hier, Kimmich. Boah, ist das eine Hurengewalt, ey! Ach, das ist doch Dreck, ist das doch! Soll! Oh mein Gott! Hatte nicht irgendjemand mal nicken, der Hurengewalt hieß? Und was? Hatte nicht Johnny mal nicken, der Hurengewalt hieß? Keine Ahnung. Ach, guck mal, hättet mich. So, jetzt mach ich. Boah, ist das ein Nuppennippel, ey! Das kann echt nicht wahr sein! So, jetzt mach ich das. Jetzt mach ich den Sprung. Das darf einfach nicht wahr sein! Was ist das denn? Hadi, du musst auch rechts auf die Ecke springen, wa? Und nicht auf den Rest. Genau. Lass dir das von deinem sagen, das schon mal gemacht hat. Ja. Siehste? Peter, befolgt meinen Rat und hat es direkt geschafft. Ja. Peter ist aber nicht auf den Nippel da gesprungen. Nee, der meinte auch die Ecke. Ja, die Ecke. Nein, du meintest nur prozentig die... Ja, weiß ich, da bin ich ja auch hingesprungen. Nee, bist du nicht. Jetzt hab ich da hingesprungen. Okay, bist du. Ja, weiß ich. Hast du nur gefällt. Ja, genau. Weil du richtig scheiße bist. Kack, jetzt, jünger. Kack, jetzt, 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 ja. Läuft. Ach, das ist doch Dreck, ist das! Ach, komm, ey! Mach mal, du machst das jetzt, das ist nicht so schwer. Alter. Meine Hand tut weh. Deine Hand tut weh? Ja. Oh, da, jetzt, geh ich drauf. Mach.